Jo, hallo, hey, ich bin Tara Nio, ihr seid auf dem Kanal Pauin dabei und ja, wie ihr seht, sitze ich gerade im Auto, weil ich mir dachte, ich nutze die Zeit, wenn ich zwei Stunden der Steier zurückfahre, um euch mal zu erzählen, was eigentlich gerade los ist. Und zwar, das Video, welches ihr angeklickt habt, handelt davon, dass ich umziehe. Und zwar ziehe ich von Gastel-Sachen. Und das Ganze, weil ich im Oktober, also am 1. Oktober, geht's beim Studium, studiere ich Warte. Und ja, was genau passiert ist, seht ihr irgendwie. Also, es gibt was. Und zwar, es gibt was. Und zwar, es gibt was. Und zwar, es gibt was. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020